Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten die Novena zu Maria Knotenlöserin und beginnen mit dem Reuegebet. Mein Gott, ich bereue von ganzem Herzen meine Schuld. Denn du bist unendlich gut und die Sünde missfällt dir. Ich bin fest entschlossen, mit Hilfe deiner heiligen Gnade nicht mehr zu sündigen und zu dir umzukehren. Wir beten die ersten drei Gesetze des Rosenkranzes, heute ist Montag, die Freudenreichen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geiste empfangen hast. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Maria, ohne Sünde empfangen, O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Jesus, schütze und rette die Ungeborenen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Die Betrachtung des jeweiligen Tages der Novene, vierter Tag. Heilige, geliebte Mutter, du nimmst dich alle an, die dich suchen. Habe Erbahnen mit mir. Ich lege in deine Hände diesen Knoten. Er hindert mich daran, in Frieden zu sein. Er hindert mich daran, in Frieden zu sein. Er lähmt meine Seele. Er hindert mich daran, bis zu meinem Herrn zu gehen und mein Leben in seinen Dienst zu stellen. O meine Mutter, löse diesen Knoten meines Lebens. Bitte Jesus, dass mein Glaube, der blockiert ist und durch die Steine auf den Weg zu Fall gebracht wird, geheilt werde. Gehe mit mir, geliebte Mutter, damit ich erkenne, dass diese Steine letztlich Freunde sind, dass ich aufhöre, mich aufzulehnen und lerne, im Vertrauen auf deine Macht jederzeit zu danken und froh zu sein. Maria, Knotenlöserin, bitte für uns. Maria ist die Sonne und aller Welt wird ihre Wärme zuteil. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme. jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Maria, ohne Sünder empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien. Jesus, schütze und rette die Ungeborenen. Das fünfte freudenreiche Geheimnis, die Wiederfindung Jesu im Tempel. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. der Herr ist mit dir, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Maria, ohne Sünder empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Gebet zu Maria Knotenlöserin jeweils am Schluss zu beten. Jungfrau Maria, Mutter der schönen Liebe, Mutter, die niemals ein Kind, das um Hilfe ruft, unerhört lässt, Mutter, deren Hände ohne Unterlass für ihre geliebten Kinder arbeiten, denn sie werden angeregt von der göttlichen Liebe und von der unendlichen Barmherzigkeit, die aus deinem Herzen überfließen. Wende deinem Blick voller Mitleid mir zu. Sieh das Bündel der Knoten, die mein Leben ersticken. Du kennst meine Verzweiflung und meinen Schmerz. Du weißt, wie sehr mich diese Knoten lähmen. Maria, Mutter, die Gott beauftragt hat, die Knoten im Leben deiner Kinder zu lösen. Ich lege mein Lebensband in deine Hände. Niemand, selbst der Böse nicht, kann es deiner barmherzigen Hilfe entziehen. In deinen Händen gibt es keinen Knoten, der nicht gelöst werden könnte. Mächtige Mutter, durch deine Güte und deine Macht der Fürsprache bei deinem Sohn Jesus, meinem Befreier, übernimmst du heute diesen Knoten. Nenne ihn, wenn möglich. Gott, zur Ehre bitte ich dich, löse ihn für immer. Ich hoffe auf dich. Du bist die einzige Trösterin, die Gott mir geschenkt hat. Du bist die Festung für meine schwachen Kräfte, der Reichtum in meinen Nöten, die Befreiung von allem, was mich hindert, mit Christus zu sein. Nimm meinen Rufen an, bewahre mich, leite mich, schütze mich. Du bist mein sicherer Zufluchtsort. Maria, die du die Knoten löst, bitte für mich. Amen. Wir danken ihnen von ganzem Herzen, dass sie mit uns gemeinsam diese Novene gebetet haben. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb uns allen deinen Segen gib. Amen.